Zuckermacht Tutut Ne, Zuckmacht Tutut, verzeih mir bitte, hallo Willkommen zum Live-Let's Play Ich hoffe, dass es jetzt mit der Stimme hinhaut Bedeutet Erlösung Hopp, hopp, hopp 40 Sekunden Jetzt mal hier leiser drehen Hallo Zehn Sekunden Wie spraint man eigentlich? 4, 3, 2, 1 Ah Weitesten nach oben Dann haben wir schon mal den ersten Kill Schöner Fernschuss Ich nehme den Punkt ein Der Drache sieht euch Ich hole den Punkt Keine Sorge Das mache ich mit zwei Fingern Hinter dir Schöner 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 Das Teil haben wir Wo muss nochmal kurz hinten leben Waren das Päckchen da? Könnte man mit dem nicht auch hochklettern? Ich weiß das gar nicht Ich weiß das gar nicht Vorsicht den Verkehr Schaut mit den Augen Ich nehme den Punkt Mal gucken wo sie stehen Ich bin mal passiv Du messen wir nochmal leben Das brauche ich so sehr Ich bin geheilt Ich bin geheilt Es scheint, dass man hier nicht rennen kann. Wow. Mal gucken, ob der jetzt sitzt. Der sitzt natürlich nicht. Und schön. Die Runde haben wir schon mal geholt. Aber ich habe es verkackt, jetzt die Trophäe zu holen. Dann hätte ich das Teil nämlich mit einnehmen müssen. So ein Scheiß. Okay, damit wird man Highlight. Und dann kriegt er auch das Teil von mir. Leute, der Typ hat 37% des gesamten Team-Shards beim Gegner gemacht. Ist ja eigentlich schon arm, ne? Erster Sieg des Tages. Naja. Wir sollen den Führer verteidigen. Dann nehmen wir den nochmal hier. Der sieht so unschuldig aus. Wie so ein kleiner Kriegszwerg. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Ich genieße diese seltsamen, schönen Momente der Ruhe mit dem Sturm. Soll ich nur gucken, wo wir hier das Teil platziert kriegen. Am besten wäre ja eine hochgelegenere Position. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Immer diese Warterei. Oh, dieses Potenzial. Geschützpferd hoch. Wo kriege ich denn Schrott mit ihm her? Der Feind ist hier. Uh. Achtet auf mein Geschütz. Mein Geschütz. Zeit, den Hammer zu schwingen. dieses potenzial nein gott das wird ja so gar nichts oder aber voll ins gesicht gegeben das ist das problem was ich in dem spiel noch sehe ist ob die langzeit motivation wirklich bestehen bleibt dann mal wieder ein an das hier ein spring haben wir doch mal hier im schatten auf die gegner wir haben wir wunderbar haben wir auch haben wir auch erlachtet nur finsternis die alle von da komm her schön von hinten das gefällt mir doch jetzt schon sie könnte wieder einer von den runden werden die spaß machen jetzt müsste mir einer hier mal die sicht öffnen dass ich weiß wie viele da stehen und dann dann haben wir gott auch erledigt das heilpaket nehme ich mal mit ja der ist tot oh schlimmer hierhin aber kommt vor freeware ok das hätte ich jetzt hm ok wenn blizzard das sagt ja der ist tot die sind jetzt und die die du die das und Also vermehrt jetzt schon hier stehen. Alter, Verwalter. Ich würde gerne mal wissen, was das heißt, wenn mein Symbol unten links brennt. Alles, was kommt, ist kostenlos, okay. Nein. Boah, eine 20er Killstrick, so ein Kack. Das war ein bisschen... Das war ein bisschen zu hochmutig. Wo ist es das nicht? Ich habe mich da nicht mit befasst. Schafschütze. Ich habe dich im Visier. Nein. Er schießt. Das ist jetzt von Battleborn. Ja, beide miteinander vergleichen darfst du eigentlich nicht, weil Battleborn setzt eher mehr auf MOBA. Und das hier ist ja eher, ich sage mal, Art wie Team Fortress. Ich muss sagen, dass ich Battleborn auch recht geil finde. Wurde ich mir ja das hier erst ja gar nicht holen. Ich bin jetzt schon hier höher im Rang als bei Battleborn. Aus dem Schatten. Durchschreitet, wie ich es. Warum machst du Overwatch? Doch gut, weil ich es auf dem PC in der Beta getestet habe. Und es hat mir ja Spaß gemacht. Ich habe nur die Langzeitmotivation gesehen. Und dann hatte ich beim Kumpel die Vorversion angetestet. Auf dem PC dann aber. Und ich war gleich wieder drin in diesem... Ich weiß nicht, ob man das sucht, denn kann. Aber das Spiel hat was, was einem sagt. Hier komm, setz dich hin und zock ein bisschen. Was soll man dazu sagen? Chrissi, hallo. Was soll ich bei solchen geilen Kills noch dazu sagen? Obwohl, das hier eigentlich wahrscheinlich... Da werde ich bestimmt wahrscheinlich dann wieder als Noob genannt, weil das ist ja wahrscheinlich der einfachste... Oh! Nein, 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 nein. Nein, ich habe hier noch ordentlich was mitgenommen. Aber ich switch nicht gerne in der Runde. Außerdem sind sie nur 60 Sekunden. 34 Kills, 5 Tode. Kann man doch mal so stehen lassen. Und ich hoffe, dass diesmal der ganze Tour noch mit aufgenommen worden war. Ich konnte gestern den kompletten Stream in der Pfeife rauchen. Ah, Mann. Okay, da. Ah, okay. Nein, wir verlieren noch. Oh nein. Und gewonnen. Ich bin nicht Highlight? Ach, Mann. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Weil er mich auch noch eliminiert hat, die Sau. Aber wir können für uns stimmen. Los, Leute. 26 Eliminierung muss doch gewürdigt werden. Bitte was? Naja. Dann verabschieden wir uns mit den Bildern unseres Triumphels.